Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Alpcasts, Episode Nummer 39 und es freut mich, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Es freut mich, dass wieder mal eine neue Woche rum ist, um einen neuen Podcast aufzunehmen. Das ist für mich immer so ein kleines Wochenhighlight, denn es freut mich auch immer wieder mal wieder das Feedback einzusammeln zu den diversen Episoden. Manchmal mehr, manchmal weniger. Ich finde es auch immer ganz großartig, wenn ich da viele Mails kriege dazu. Und auch mit diversen Vorschlägen, was man denn am Podcast so besprechen könnte, was für Themen eigentlich interessant wären aufzuarbeiten etc. Ihr könnt das übrigens auch weiterhin tun. Ich lese alle Mails, die ihr mir zusendet. Ich lese auch alle Kommentare. Keine Sorge, solange alles immer freundlich und sachlich ist, da habe ich dann auch überhaupt kein Problem damit. In diesem Sinne schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr weitere Themenvorschläge oder auch Wünsche habt, worauf man mal eingehen könnte. Oder wenn ich jemanden grüßen soll. Keine Ahnung. Wie auch immer. Naja, ich hoffe, ihr hattet eine wunderschöne Woche. Es geht heute um das Thema Risikobereitschaft. Es geht aber vor allen Dingen um das Thema Selbsteinschätzung und auch um einen ganz bestimmten Anlass, der mich dazu gebracht hat, über eben dieses Thema zu sprechen. Keine Sorge, es gibt hier jetzt keine Wiederholungen von irgendwelchen Themen, über die wir schon mal gesprochen haben. Also wir haben schon mal über Risiko gesprochen. Wir haben schon mal über Verantwortung gesprochen. All das wurde schon mal bearbeitet. Es geht aber heute um etwas Spezifischeres, was Spezielleres. Und darauf möchte ich jetzt in den ersten Minuten mal eingehen. Es geht nämlich um etwas Tragisches, um etwas Trauriges, was vor kurzem, also vorgestern, ich glaube es war vorgestern, genau passiert ist. Darüber sollte man definitiv sprechen, denn es kriegen wahrscheinlich nicht alle mit oder es haben nicht alle mitbekommen. Aber fünf Menschen sind in Russland am Elbos oder am Mount Elbos gestorben und viele sind auch verletzt worden. Also ich glaube 14 Personen insgesamt wurden dann mit teilweise schweren Verletzungen beziehungsweise Erfrierungen eben dann gerettet. Aber fünf Menschen haben es letztlich nicht überlebt. Die Geschichte dazu ist tragisch und die Geschichte dazu ist irgendwie auch sehr bezeichnend für einen Berg, der wahnsinnig komplex ist, obwohl er so simpel ist. Und obwohl es erst September ist und damit die Saison noch gar nicht so lange her ist, in der die Elbosbesteigungen ganz üblich sind, denn die findet meistens so in den Monaten Juli und August statt. Und September ist jetzt nicht so extrem ab von der Saison. Also da gibt es noch genug Besteigungen und es ist nicht so unüblich, dass jemand etwas vor oder etwas nach der Saison am Elbos ist. Da müssen wir einfach jetzt mal über das ganze Geschehen reden, denn daraus können wir viele Dinge ableiten, mit denen wir selber in den Bergen vielleicht unterwegs sein sollten. Viele Gedanken, viele Vorsätze, über die man definitiv nachdenken sollte. Fangen wir bei der Geschichte dieser Tragödie an. Also warum ist das erstmal so eine große Tragödie? Hier sterben fast jeden Tag Menschen in den Bergen irgendwo, vor allem im Winter, vor allen Dingen im Frühjahr, im Frühsommer, sind die typischen Klassiker, man stürzt auf Schneefeldern ab oder man wird von Schneebrettern mitgerissen, man wird von Lawinen verschüttet im Winter etc. Das passiert allein in den Alpen fast jedes Wochenende oder jedes Wochenende und fast jeden Tag. Das ist schon eigentlich, man muss es so hart sagen, zu gewissen Zeiten nichts Besonderes hier in den Alpen. Aber die internationale Presse findet die Todesfälle, gerade bei Expeditionen und man kann durchaus eine Elbosbesteigung als Expedition bezeichnen, sind diese Vorfälle doch nochmal etwas größer. Und gerade wenn so viele Menschen davon betroffen sind, also 19 Personen, insgesamt 5 davon tot, 14 verletzt, beziehungsweise mit schweren Erfrierungen gerettet, da muss man drüber reden. Und ich finde es auch gut, dass die internationale Presse, also Guardian, Reuters und Co. sich damit auseinandersetzen und da natürlich dann auch versuchen, ausführliche Informationen aus dem Gebiet selbst und von den Rettern selbst zu bekommen. Grundsätzlich ist die Ausgangssituation die gewesen, die Bedingungen waren zu diesem Berg und ich beobachte das immer sehr genau. Gerade also meine persönlichen Highlight-Berge, Lieblingsberge, wie auch immer, die beobachte ich wetterbedingt oder witterungstechnisch sehr, sehr genau. Nicht jeden Tag, aber ich schaue definitiv so zwei, dreimal die Woche, wie es denn aktuell so auf meinen kleinen Schätzen so aussieht, was Temperaturen und Luftdruck und Co. betrifft und vor allen Dingen die Winde, die ja eben im Hochgebirge besonders relevant sind. Und ich habe auch gesehen, dass Anfang dieser Woche eigentlich ein wunderschönes Wetterfenster mit viel Sonnenschein angekündigt war und das hätte sich richtig gut durchziehen sollen eigentlich über die Woche. Und das haben sich offensichtlich Bergsteigerinnen und Bergsteiger dieser Expedition auch gedacht. Die Gruppe aus 19 Personen bestand aus mehreren Guides und ansonsten eben nur Bergsteigern und das Verhältnis, und darüber kann man definitiv diskutieren, war nicht perfekt. Es waren zu wenig Guides für zu viele Personen, das ist immer schwierig. Aber gut, es ist eben auch ein Berg, der einfach technisch nicht unfassbar schwierig ist und deswegen kann man darüber streiten, ob man jetzt viele Guides für so viele Personen braucht oder nicht. Es ist schwierig, es ist absolut schwierig zu sagen. Darüber will ich auch gar nicht so reden, ich will darauf gar nicht so eingehen, was hier technisch schiefgegangen ist, sondern ich möchte nur mal kurz dieses Geschehen aufarbeiten. Es ging also so los, dass sich bei einem guten Wetterfenster dieser Expedition eben getroffen hat. Sie sind über den Normalweg aufgestiegen, also technisch nicht hoch anspruchsvoll. Und am Donnerstag kam es dann zur großen Tragödie. In Wirklichkeit war es so, dass das Wetterfenster gut war und man bricht am Elbrus relativ früh in der Nacht auf. Das bedeutet, es war noch dunkel, das Wetter war in Ordnung, sie brechen auf zum Gipfel. Über viele Stunden, denn es ist dann doch ein sehr beschwerlicher Weg und gerade wenn man jetzt nicht wahnsinnig fit ist, dann kann das schon durchaus viele, viele Stunden dauern. Und da passierte es dann einfach, dass dem ersten Mal so die Luft weg blieb. Es gab Probleme, gesundheitliche Probleme bei einer Person. Und so fingen eben die ersten Probleme an und dann entschied sich ein Guide mit der Person abzusteigen. Und plötzlich, und das geschah wohl, da gibt es verschiedene Informationsquellen, die Unterschiedliches behaupten, da soll es dann eben eigentlich ziemlich genau zu diesem Zeitpunkt, als sie beschlossen haben, sich aufzuteilen, zu einem extrem schnellen Schlechtwetter, zu einem extrem schnellen Schlechtwettereinbruch gekommen sein. Und da ist das natürlich dann wahnsinnig schwierig, diese Situation. Dieser Schlechtwettereinbruch ist am Elbos auch nichts Ungewöhnliches. Die Wetterungsbedingungen verändern sich auf diesem Berg innerhalb von Stunden definitiv. Und dass es sich aber so dramatisch ändert, ich glaube, damit konnte tatsächlich niemand rechnen. Und deswegen kann man hier auch niemandem einen Vorwurf machen. Minus 20 Grad wurden dann am Berg gemessen und das ohne den Windchill. Und die Winde waren enorm. Also es gibt Videos von dieser Situation, als die Retter dann versucht haben, erste Leute zu evakuieren. Da geht ein Sturm sondergleichen. Also ich rechne jetzt mal damit, dass es bei minus 36, minus 37 Grad Celsius letztlich dann die Situation so war. Aber Fakt ist, dafür waren die Leute da nicht ausgerüstet. Und das verstehe ich bis zu einem gewissen Punkt auch. Die ersten Leute wurden evakuiert. Da war es so, dass sie eigentlich schon relativ schnell waren. Die Bergrettung war sehr, sehr schnell. Also das Emergency Ministry of Russia, wenn man es ganz genau sagen will. Die waren relativ fix unterwegs. Die sind da auch relativ schnell in der Gegend, weil sie mit Snowmobilen relativ schnell über den Gletscher kommen, der ja sehr, sehr spaltenarm ist. Und da konnten sie ihnen relativ schnell auch sehr gut entgegenkommen. Das Problem war aber eben, dass die Situation zu diesem Zeitpunkt dann schon definitiv eskaliert war. Denn sie wagten noch den Aufstieg, beziehungsweise den weiteren Aufstieg und dann eben den Abbruch mit dem Abstieg. Und all das zusammen war natürlich eine giftige Mischung. Sie konnten vielleicht auch nicht ahnen, dass das Wetter so dermaßen radikal umschlägt und dass es auch so bleibt. Denn so schnell wie es gekommen ist, so schnell hätte es theoretisch auch wieder gehen können. Wie gesagt, ich möchte die taktischen Entscheidungen dieser Expedition nicht bewerten. Das kann man gar nicht, denn man war eben letztlich nicht dabei. Das Spannende an der Situation ist aber, trotz der schnellen Rettung mussten sie eben fünf Personen, ich sage jetzt mal ganz hart, opfern. Fünf Personen haben es aufgrund der Erfrierungen eben letztlich nicht geschafft und sind dort verstorben. Andere Personen, es gibt dazu genug Bilder und Aufnahmen und Beiträge und Interviews mit Personen, die das überlebt haben, dieses Drama, da sieht man, das war definitiv eine Riesenscheiße da oben. Man muss sich das so vorstellen, der Elbrus ist ein Berg, der zu dieser Zeit, aber auch Ende August schon, natürlich wieder abkühlt. Die Jahreszeit ist einfach, der Hochsommer ist dann an diesem Punkt einfach vorbei. Und man kann schon wieder damit rechnen, dass man bei Minustemperaturen unterwegs ist. So sind die da auch, so ich das beurteilen kann mit der Kleidung. Also sie hatten schon Daunenjacken an und definitiv dicke Hosen. Sie waren nicht schlecht ausgerüstet, sie waren definitiv verantwortungsbewusst in ihrer Vorbereitung. Das sieht man einfach auch auf den Bildern von anhand der Ausrüstung, die sie dabei hatten. Sie waren mit Seilen ausgestattet, die viele Expeditionen, viele verantwortungslose Expeditionen hier am Elbrus ja gar nicht erst mitnehmen. Also ich gehe davon aus, dass hier eigentlich aus bergsteigerischer Sicht gute Arbeit geleistet wurde. Das Problem ist aber, wenn ich mich auf einen Berg vorbereite und mein Worst-Case-Szenario in der Planung bedeutet, minus 5, minus 6 Grad Celsius, dann werde ich mich dementsprechend darauf vorbereiten. Im Zelt habe ich dann vielleicht auch minus 5, minus 6 Grad, aber eben ohne den Windchill. Also nachts wird es kühler, aber der Windchill fällt durch das Zelt dann natürlich weg. Und deshalb kann ich mal davon ausgehen, oder vielleicht haben sie auch in Hütten geschlafen oder so, wie auch immer. Man kann eben davon nicht mit allem rechnen. Und mich persönlich betrifft dieses Thema ja auch, weil vor nicht mal 20 Tagen wäre ich ohne meine Verletzung im Frühjahr auch am Elbrus gestanden. Und deswegen ist es natürlich auch für mich ein relativ großes Thema. Natürlich gibt es da Unterschiede. Haben sie Hütten verwendet oder nicht? Hätten sie sich dann besser oder schlechter darauf vorbereitet, wenn sie komplett autark ohne Hütten, ohne irgendwas unterwegs gewesen wären? Nur mit Zelten und eigener Versorgung, so wie das bei mir gewesen wäre. Ich hätte mich theoretisch auf viel, viel mehr, oder ich habe mich eigentlich, auf viel, viel mehr Worst-Case-Szenarien vorbereitet, weil ich wusste, ich bin der Natur vollkommen schutzlos ausgeliefert. Es geht aus den Artikeln nicht hervor, wie sie da hochgekommen sind, ob sie die Hütteninfrastruktur dort genutzt haben oder nicht. Ist auch irrelevant jetzt gerade. Sie haben sich jedenfalls nicht auf diese Situation vorbereitet und das kann ich Ihnen nicht vorwerfen. Das hätte ich wahrscheinlich zu dieser Zeit auch nicht gemacht, weil, also worauf will man sich denn noch vorbereiten? Ich kann mich natürlich im Sommer darauf vorbereiten, dass Winter ist, aber es ist deswegen nicht weniger Sommer. Und man kann oder man muss bei der Vorbereitung auf solche Touren definitiv Abstriche machen in der Wahrscheinlichkeit oder in der Priorisierung von Ausrüstung. Wenn ich glaube, dass ich vielleicht in einen Schneesturm kommen könnte, dann ziehe ich mich definitiv wärmer an. Aber das, was da passiert ist, damit konnte niemand rechnen, weshalb es eben auch so eine große Tragödie wurde. Und ich bin mir sicher, dass man auch lange noch in Russland in der Nähe des Elbows von dieser Geschichte erzählen wird. Es handelt sich auch hierbei um russische Bergsteiger. Wie auch immer. Die Retter kamen jedenfalls an und nach dieser Rettung oder während dieser Rettung tragischerweise verstarben die Menschen. Also tatsächlich ging es da um nicht mehr viel, aber es hat dann letztlich eben nicht gereicht. Und das ist definitiv traurig. Die starken Winde und der Schneesturm und die Kälte haben es meiner Meinung nach sowieso beeindruckend gefunden, dass die Rettung so vonstatten gehen konnte. Weil, naja, das ist definitiv eine starke Leistung der Rettungscrew, wenn man unter solchen Umständen Rettungen überhaupt vollziehen kann. Muss ich sagen, großes Lob an die russischen Organisationen hier, dass die da so hart im Nehmen sind auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber danach auch so gut koordinieren können. Es gab in der Geschichte noch mehrere kleine Verstrickungen. Einer hat sich am Bein gebrochen. Der wurde dann quasi sehr viel langsamer, logischerweise. Dann hat sich die Gruppe aufgesplittet in die langsamen und die schnellen. Eise sich zurückziehen wollten, etc. Alles sehr verwoben. Ich werde euch in die Podcast-Beschreibung und in die YouTube-Kommentare auf jeden Fall Links dazu posten, wo ihr das Ganze dann auch nochmal im Detail aufarbeiten könnt oder aufbereitet seht und euch da selber ein Bild davon machen könnt. Was dieser Fall oder diese Tragödie auf jeden Fall zeigt, ist, dass die Berge gefährlich sind. Und dafür muss man nicht auf den Elbros und dafür muss man schon gar nicht auf den Mount Everest, sondern das kann auch in den niederen Lagen auf niedrigen Bergen der Fall sein. Natürlich, je niedriger der Berg ist, desto unwahrscheinlicher ist es, dass man plötzlich in einem Schneesturm steht und erfriert. Das werden wir hier in den Alpen heute beispielsweise eher nicht erleben. Wenn ich heute hier wandern gehe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass plötzlich ein Schneesturm hervorbricht, wahnsinnig gering. Ich würde sagen, absolut gleich null. Gerade weil bei uns die Wettervorhersagen unglaublich präzise sind und die Winde auch nicht so stark sind, dass sich sehr schnelle, unvorhersehbare Veränderungen auftun können. Natürlich ist das bei uns auch möglich. Das will ich nicht sagen, aber sehr, sehr unwahrscheinlich. Wenn in diesen Regionen, im Kaukasus, im Karakorum, Himalaya, solche Dinge passieren, solche Veränderungen, solche schnellen Veränderungen, dann ist das in der Regel nichts Ungewöhnliches. Aber es ist ungewöhnlich, wenn dann plötzlich Leute am Berg sind. Hier sollte man sich die Frage stellen, wieso sind die da und wie schnell konnten sie das eigentlich theoretisch wissen? Hatten sie eine Verbindung dadurch, dass sie Geiz hatten? Waren sie definitiv lokal vernetzt? Hatten sie irgendeine Verbindung zum Tal, zu Wetterstationen und so weiter? Viele Fragen, die wahrscheinlich für die Öffentlichkeit nie beantwortet werden, die aber trotzdem spannend wären, um das Ganze besser einordnen zu können. Aber sei es, wie es ist. Die fünf Menschen sind gestorben und 14 Personen sind teilweise verletzt und das alles muss einen Strich drunter kriegen und da kann man drunter setzen, Berge sind gefährlich und unberechenbar. Aber auf der anderen Seite, man kann sich nicht auf alles vorbereiten und man muss sehenden Auges, und das ist eigentlich der wichtigste Untertitel der heutigen Episode, man muss sehenden Auges bereit sein, ein gewisses Restrisiko auf sich zu nehmen. Und gerade da, muss ich sagen, sind mir so ein paar Kleinigkeiten eingefallen, die in der Vergangenheit passiert sind, wo ich mir dachte, naja, da wurde die Restrisikokalkulation schon sehr, naja, sagen wir, dynamisch ausgelegt. Denn da ist das Restrisiko unfassbar groß gewesen und es gab eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass das nicht gut ausgeht. Bei anderen Expeditionen, die ich gesehen habe, die sind deutlich besser vorbereitet und reduzieren das Risiko auf ein Minimum. Risikomanagement ist eigentlich nur das Handeln des Risikos in einer Situation. Aber wie viel Risiko man im Laufe einer Tour auf sich nehmen will oder eingehen will, das entscheidet man definitiv noch, bevor man den ersten Schritt auf den Berg gesetzt hat. Diese Personen am Elbrus sind definitiv jetzt nicht ein Beispiel für das folgende oder für das Thema, aber die Konsequenz dieser Tragödie ist definitiv ein Beispiel dafür, wie schnell es gehen kann und mit was man eigentlich in den Bergen alles rechnen kann oder sollte. Wenn jemand einen Speed Ascent am Aconcagua probiert, ein ähnlicher Berg, ein ähnlich launischer Berg, ein Berg, von dem man weiß, dass eben dadurch, dass er in Südamerika steht, das Wetter unfassbar schnell umschlagen kann, die Bedingungen extrem rau werden können. Da wird aus einem netten sommerlichen Tag plötzlich der tiefste Winter und das binnen Minuten und das ist absolut beängstigend. Da gibt es auch Filme und Aufnahmen davon, wie wahnsinnig schnell das generell in Südamerika und speziell in Patagonien gehen kann. Das ist schon ein ähnlicher Berg und wenn man dann überlegt, dass es Leute gibt, die Speed Ascent machen, die dann in fünf Stunden, vier Stunden, drei Stunden auf den Aconcagua laufen und dann wieder runter und das nur deshalb können, weil sie eben nicht in einer sehr aufgeblähten Expedition oder in einem expeditionsartigen Unternehmen unterwegs sind. Also im Sinne von kurze Hose, kurzes T-Shirt, Trinkblase in einer Weste und zwei Flaschen noch, ein paar Müsli-Riegel und los geht's und Stöcke. Und das ist quasi die gesamte Vorbereitung, die beispielsweise ein Kilian Jannett, aber auch unzählige andere auf den Aconcagua als Speed Ascent mitgebracht haben. Ich möchte ihm nicht vorwerfen, dass er hier verantwortungslos ist. Auf keinen Fall, denn er handelt ja vollkommen eigenverantwortlich. Wenn er da oben stirbt, dann ist er tot und er weiß das ja auch. Diese Leute handeln ja nicht fahrlässig, sondern sehenden Auges. Das sehende Auge sieht aber eben dadurch, dass es das Risiko auch sieht, auch die Chance, dass etwas passiert. Und da ist es eine ganz einfache Frage, indem man sich selbst fragt, bin ich bereit, das Risiko von x Prozent einzugehen, dass ich von diesem Berg unter diesen Umständen nicht mehr zurückkomme. Das Problem ist aber, dass man das an einer einzigen Prozentzahl leider nicht festmachen kann. Könnte man das, dann wäre natürlich alles ganz einfach. Dann entscheidet jeder für sich, wie viel Prozent Risiko sind okay und dann wirft man das quasi in einen Calculator und wenn man dann das Risiko ausgewertet kriegt, dann weiß man, ob man geht oder nicht. Fakt ist aber, und das wissen wir alle, dass so die Berge und das Leben ganz allgemein einfach nicht funktioniert. Es fängt schon bei der Jahreszeit an. Im Sommer sind die meisten Berge deutlich, deutlich einfacher als im Winter. Also gerade die Expeditionen sind in den Seasons, in den klassischen Main Seasons, deutlich einfacher. Logischerweise, sonst wären es ja keine Main Seasons. Und dann, da ist schon quasi die erste Risikoabwägung. Gehe ich in der Main Season, dann habe ich vielleicht ein Risiko, dass alles beschissen wird von 10 Prozent, aber gehe ich in einer Nebensaison oder komplett Off-Season, dann habe ich vielleicht die Chance 50 Prozent, dass alles schief geht. Aber 10 Prozent bedeutet halt nicht, dass alles gut geht, sondern zu 10 Prozent geht hier trotzdem was mit dem Wetter schief. Und da ist zum Beispiel die Tragödie am Elbos nun vor zwei Tagen, vor drei Tagen ein ganz, ganz typisches Beispiel dafür. Die sind unter besten Bedingungen gestartet. Und gut, sie sind etwas nach der Saison gegangen, aber das ist ja auch keine große Tragödie eigentlich. Aber dann hat sie eben etwas überrascht, was man so am Elbos eigentlich zu dieser Zeit nicht kennt. Und da muss man sagen, das sind eben die letzten 10 Prozent. Natürlich, das ist jetzt nur eine Hausnummer von mir. Also ob das 10 Prozent sind oder 0,1 Prozent, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber es ist natürlich wahnsinnig unwahrscheinlich. Und so kann man das natürlich auch bei der Ausrüstung machen. Man kann das ja nicht nur mit der Jahreszeit und der Wahl der Tageszeit, Uhrzeit, Jahreszeit, Zeit im Monat, wie auch immer machen, sondern das funktioniert ja grundsätzlich im Sinne der Ausrüstung auch. Also man kann zum Beispiel darüber reden, will ich nur Stöcke und eine Trinkblase mitnehmen und sonst nichts und dann habe ich quasi einfach nur noch ein T-Shirt und eine Hose an und fertig. Oder will ich im Zuge einer kompletten Expedition da hochstiefeln, wie am Elbos diese Expedition das eben gemacht hat. Also mit viel Gepäck, mit viel Vorbereitung und mit einer großen, aufgeblähten Logistik. Die Möglichkeit, dass mit einer solchen Logistik und einem expeditionsartigen Unternehmen etwas schief geht, ist um ein Vielfaches geringer als die Chance, dass bei so einer abgespeckten Trailrunning-Art und Weise etwas schief geht. Und da möchte ich auch im Sinne der Alpen hier jetzt etwas einhaken und sagen, das ist definitiv und das sage ich gerade raus, das ist definitiv den meisten Leuten in den Bergen hier bei uns nicht bewusst. Und das ist etwas, da habe ich auch mittlerweile aufgehört, irgendwie Tipps zu geben, denn es ist sinnlos. Also die Leute werden es nicht verstehen oder sie wollen es nicht verstehen, sie werden es nicht akzeptieren. Und das macht überhaupt nichts, denn sie werden darunter leiden oder eben auch nicht. Das ist absolut dann ihr Problem. Und ich kann auch nicht mehr, also ich kann auch nicht mehr gegen die Mühlen des Widerstands und der Ignoranz sprechen, aber es geht darum, dass Menschen, die mit Trailrunning-Ausrüstung im Hochgebirge unterwegs sind, deutlich, deutlich risikoreicher unterwegs sind. Und wenn sie oben waren und wieder runterkommen, dann haben sie das Gefühl, dass es funktioniert hat, dass sie im Recht waren mit ihrer Wahl der Ausrüstung. Sie waren zwei Stunden schneller als der Bergsteiger mit kompletter Hochtouren-Ausrüstung und Seil und Seilschaft und blabliblub und sind trotzdem genauso wie er wieder unten im Tal angekommen. Das ist rein rational betrachtet ja vollkommen sinnlos, dass man das dann anders macht als er. Warum sollte man denn zwei Stunden länger unterwegs sein? Es ist mühsam, es ist kalt und so weiter. Wenn es doch funktioniert, warum sollte man es denn anders machen? Und wie gesagt, das hat jetzt mit der Mount Elbrus-Geschichte nichts zu tun. Ich möchte das jetzt als isoliertes Problem betrachten. Die Risikobereitschaft der Menschen steigt eigentlich immer weiter, aber nur am Papier. Die Menschen nehmen es immer seltener wahr, dass sie eigentlich zwar nicht mehr Risiko eingehen, aber im Notfall das Risiko einer Verletzung oder des Todes deutlich größer ist. Also das technische Risiko ist vielleicht immer noch das gleiche, aber das Gefahrenrisiko, das Gefahrenpotenzial, das ist um ein Vielfaches gewachsen. Aber da man ja am Berg viel öfter keine Gefahren hat als Gefahren hat, weil ja viel seltener das Wetter plötzlich und unvorhersehbar umschlägt, als es das nicht tut, dann fühlen sich diese Menschen jedes Mal um ein Stück mehr in ihrem Tun bestätigt. Und ich sage ja nicht, dass sie sich nicht bestätigt fühlen dürfen. Ich sage nur, dass ich glaube, dass die meisten Menschen, und das sagt mir meine Erfahrung mit Menschen, einfach keine Idee haben, was es bedeutet, wenn man mit Daunenjacke am Berg auf 2000 Metern festsitzt, weil plötzlich Nebel ist und man sieht nichts mehr und man kann sich nicht mehr bewegen. Oder ob man eben nur in einem T-Shirt da oben sitzt bei gleichen Verhältnissen und den gleichen Bedingungen. Der eine wird überleben, vielleicht erfriert er, aber er wird überleben, der andere wird sterben. Und ihr könnt euch jetzt ausmalen, wer wer ist. Das Problem ist aber, dass eben die Chance so gering ist, dass uns im schönsten Sommer so etwas überrascht, dass es eben viele Leute nicht wahrhaben wollen, dass es dieses Restrisiko gibt. Und das ist ja etwas, das beobachte ich bei vielen, aber vor allen Dingen bei den Trailrunnern. Man beobachtet das auch bei den Mountainbikern, weil die ja auch eben oftmals im exponierteren Berggelände oder zumindest auf den höheren Bergen unterwegs sind. Da funktioniert es vom Prinzip her gleich, weil sie sind ja schnell, sie können ja schnell auf etwas reagieren, aber das ist eine gewisse Arroganz, die ich da auch wahrnehme, weil sie glauben, schneller auf etwas reagieren zu können, als die Natur Handlungen setzt. Und ich finde das arrogant, wenn man glaubt, dass man schneller ist als Naturgewalten und es wird so oft bestätigt, dass das eine vollkommen falsche Annahme ist. Das Risiko, dass wir Menschen in den Bergen eingehen, das bewerten wir immer selber, ob das für uns jetzt zu viel oder zu wenig Risiko ist, ob das zu viel oder zu wenig Gefahren sind. Aber das Risiko, das am gefährlichsten ist, das ist definitiv das, das wir nie am Schirm haben und mit dem wir überhaupt nicht rechnen. Denn wenn wir es nicht in unseren metaphorischen Calculator werfen, in unseren Rechner, dann sehen wir es auch nicht, nehmen es nicht wahr und bereiten uns darauf auch nicht vor. Und das ist nicht vorwurfsvoll gemeint. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass es eine Gefahr ist, wenn man etwas nicht am Schirm hat. Und die Trailrunner hier bei uns in der Gegend haben ganz oft die Kälte in den Bergen nicht am Schirm. Ganz, ganz oft. Das werden euch Leute von der Bergrettung bestätigen können. Auch gerade hier im Frühsommer und im Spätherbst, da ist es ein ganz, ganz großes Problem mit der Kälte und den Bergläufern. Aber auch wie man es hier am Elbrus sieht, die Gefahr, dass ein Schneesturm mit unfassbar unerwartetem Ausmaß aufzieht. Damit hat eben auch niemand gerechnet. Wie gesagt, kein Vorwurf. Hier hätte man auch einfach nicht anders handeln können wahrscheinlich. Oder es wäre einfach vollkommen seltsam gewesen, wenn aus dieser Tragödie niemand mit Verletzungen hervorgegangen wäre, weil alle zehnfach vorbereitet waren. Das wäre fast schon eigenartig gewesen. Denn dann wären sie in einem Sicherheitspolster unterwegs gewesen, der sehr unüblich ist für diese Region und diese Zeit. Wenn man es als Vorwurf formulieren möchte, was ja leider oftmals passiert, ist es nicht konstruktiv, aber leider passiert es einfach. Dann könnte man sagen, diese Menschen, die sind einfach zu blöd. Sie denken nicht nach, bevor sie eine Tour planen. Das ist mir aber ehrlich gesagt zu einfach. Ich finde, man muss da weiter darüber nachdenken. Wie kommt es denn dazu, dass Menschen in die Berge gehen und unvorbereitet sind und mit den unwahrscheinlicheren Szenarien nicht mal vertraut sind und nicht mal davon ausgehen, dass so etwas passieren kann. Und da stoße ich für mich persönlich auf Erfahrung. Und Erfahrung wird meiner Meinung nach massiv unterschätzt. Also das ist so dermaßen unterbewertet, was Erfahrung alles lösen kann. In welchen Situationen Erfahrung ein guter Ratgeber ist und in welchen Situationen einem Erfahrung auch das Leben retten kann. Und Erfahrungen macht man aber nicht dadurch, dass man sich quasi selbst sicher fühlt und dadurch gewagter handelt, dann etwas erfährt und daraus etwas lernt. Denn dann bewegen wir uns in dem Risiko zu sterben dabei. Und das ist ein echtes Problem. Ich glaube, dass viele Leute heute glauben, dass sie nur dann Erfahrungen sammeln können, wenn sie sich auf ein Risiko einlassen. Das stimmt aber meiner Meinung nach nicht. Ich glaube, Erfahrungen sammelt man nur dadurch, dass man sich schrittweise steigert. Und zwar nicht im Risiko, sondern erstmal nur in der Komplexität. Wenn ich beispielsweise mit Klettersteigen anfange, das Beispiel ziehe ich mir jetzt mal nur aus der Nase, mal schauen, wo es hinführt. Wenn ich mit Klettersteigen anfange, dann ist es ja so, dass ich mit einem A-Klettersteig vernünftigerweise anfange. Ich fange nicht mit einem D-Klettersteig an. Wenn ich jetzt aber mit dem D-Klettersteig irgendwann auch durch bin, also zuerst habe ich ein Jahr lang nur A- und B-Steige gemacht, dann habe ich ein Jahr nur C-Steige gemacht und im nächsten Jahr habe ich dann D-Steige gemacht und kann ich die D-Steige schon sehr gut. Dann kann ich natürlich darüber nachdenken, dass ich einen A-Klettersteig auch mal ohne Klettersteig-Set gehen könnte. Das ist grundsätzlich nicht unverantwortlich. Es ist Eigenverantwortung. Wir müssen selber damit klarkommen, ob es uns das wert ist, dass wir bei einem Ausrutscher sterben oder nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist ja sehr gering. Der Klettersteig ist ja sehr leicht. Wenn wir das Klettersteig-Set zu Hause lassen, dann entscheiden wir uns für ein zusätzliches Risiko. Aber unsere Erfahrung lehrt uns, dass das Risiko sehr gering ist. Wenn ich aber jetzt in einen D-Klettersteig ohne Erfahrung in A, B und C steigen ohne Klettersteig-Set einsteige, dann ist das Risiko unfassbar und meine Erfahrung sagt mir gar nichts. Denn ich habe keine Erfahrung. Ich kann überhaupt nicht einschätzen, was da noch so auf mich zukommen könnte im Laufe des Steiges. Und dann hänge ich plötzlich da ohne Sicherung, ohne Absicherung und ohne Möglichkeit zum Rückzug. Und gleichzeitig ist es auch so, dass wenn ich einen A-Klettersteig ohne Erfahrung gleich ohne Klettersteig-Set begehe, dass ich mich dann ebenfalls einem deutlich höheren Risiko aussetze, dass etwas passieren könnte. Und all das zusammen ist eben immer, ergibt unterm Strich nach unserem Calculator eine vollkommen andere Wahrscheinlichkeit, eine vollkommen unterschiedliche Wahrscheinlichkeit für eine Tragödie, wie sie eben jetzt hier am Mount Elbrus stattgefunden hat. Der Elbrus ist kein besonders schwerer Berg. Der Elbrus ist ein launischer Berg. Auf Launen kann man sich deutlich schlechter vorbereiten als auf Schwierigkeiten. Ich kann dazu nur ein Beispiel geben. Wenn meine Partnerin schlechte Laune hat, dann kann ich mich darauf deutlich schlechter einstellen, als wenn meine Partnerin eine schwierige Aufgabe für mich hat. Auf eine schwierige Aufgabe kann ich mich vorbereiten. Ich weiß, was vor mir liegt. Aber bei einer schlechten Laune, da wird es dann teilweise schon schwierig. Und der Berg, der hat ebenfalls so seine Launen. Und ich muss immer wissen oder mir überlegen, wie viel Laune möchte ich in meiner Planung eigentlich berücksichtigen. Und wer vielleicht am Mittwoch, am 18 Uhr bei meinem Livestream einschalten wird, der wird auch sehen, wie ich hier darüber nachdenke. Und da werde ich auch ganz offen meine Gedanken dazu teilen, wie ich versuche, Risiko für solche Touren, wo eben das Risiko eigentlich gering ist, aber trotzdem noch da ist, kalkuliere und was ich dann tatsächlich in der Praxis umsetze. Denn da werden wir uns dann eine kleine Tourenplanung auch noch am Abend ansehen. Es ist noch ganz viel mehr im Livestream geplant, aber eben auch eine Expeditionsplanung ist auch noch dabei. Und da werde ich dann noch ganz viel darüber reden. Wen es interessiert, kann gerne einschalten. Wir werden uns ein paar YouTube-Videos auch noch anschauen und die werde ich kommentieren. Und dann werde ich aber vielleicht auch noch ein bisschen was zum Thema Planung erzählen und euch ein bisschen was dazu zeigen. Wenn euch das interessiert, schaltet gerne ein oder schreibt mir auch gerne an kontakt.alpenacademy.at was eure Meinung zu dem Thema ist oder ihr könnt auch das Kontaktformular auf der Website nutzen oder ihr schreibt mir einfach in die YouTube-Kommentare, was ihr davon haltet, wenn man vorbereitet oder unvorbereitet in die Berge geht bzw. worauf man sich eigentlich immer vorbereiten sollte oder worauf ihr euch immer vorbereitet. Ich weiß, auch hier in der Community gibt es viele Leute, die gerne einfach nur mit T-Shirt, kurzer Hose stöcken und einer Laufweste in die Berge ziehen. Ich sage ja nicht, dass das falsch ist oder verantwortungslos. Ich mache das ja auch gelegentlich fürs Training etc. Aber man muss eben auch immer wissen, was man da tut und vor allen Dingen, welchem Risiko man sich letztlich aussetzt. Wie gesagt, mein bestes Beispiel ist bei einem Wetterumsturz, der im T-Shirt wird es wohl nicht überleben. Der in der Daunenjacke vielleicht schon. Wenn euch das Thema heute gefallen hat, freut es mich natürlich, wenn ihr auch bei YouTube abonniert und einen Daumen hoch gebt oder den Feed abonniert. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und seid sicher unterwegs. Berg heil!